Hallo liebe Zuschauer, hier bin ich mit der Ralfinger LP oder auch Ralfinger TV auf Twitch. Warum sage ich das? Weil wir gleich live sind. Heute den 30.03. um 13 Uhr. Gestern noch nicht angesagt um 12, aber leider ist es ein bisschen spät geworden gestern. Also heute um 13 Uhr live auf Twitch. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Hier im Hintergrund seht ihr auch meine Ralfinger LP Fanbase. Unbedingt, wenn ihr einen Steam Account habt, bitte klickt euch da rein, werdet Mitglied. Da drin gibt es sehr viele Sachen, wie zum Beispiel Events, Sachen über den Stream, Vorschläge, Serverwerbung, Anmeldungen zu Vorstellungsvideos für euren eigenen Server, wenn ihr wollt. Da ist alles da drin. Das koordiniere ich alles hier. Deswegen bitte schreibt mir das nicht unter den Videos, sondern geht hier in diese Ralfinger LP Fanbase Community. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Also joint da und dann geht's los. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann hoffentlich sehen wir uns gleich. Ralfinger TV auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Ciao.